Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft von mir, den DeepAuntLP Und ja wie gesagt, ich spiele Minecraft in der letzten Folge, hat mal ein kleines Markerfeuer gemacht Und ja, er hat einen in die Kommentare geschrieben, baute einfach eine riesen Farm Mit Zäunen und allem drum und dran und da habe ich nicht drauf geantwortet, aber Toll, dass du es auch guckst, gell? Er ist ein Need for Speed Work Watcher und Ja, heute, wo es bei WM Ghana Deutschland entschieden Habe ich auch nicht anders erwartet, um erst zu sein Ich habe erst so 2-1 trainiert, weil Einfach in Deutschland noch nie so gut war gegen Ghana irgendwie In den letzten 4 Jahren waren die auch richtig scheiße gegen die hatten die echt mit Glück Gewonnen, so wie ich das mitgekriegt habe Ja, doch, war so Die wirklich mit Lack gewonnen haben Da kam irgendwie Klose Man hatte sich diese Gelb-Rot zugezogen Und dann wurde der Gegner halt übermütig Hat dann halt irgendwann diesen Fehler gemacht Ja, dann kamen die Tore Aber ja, und sollen wir machen halt Einen hat, naja, gepatzt Und dann noch rumgeschimpft Aber die anderen Spieler können ja nicht so viel werden Na ja, scheiße, das ist nämlich Das 2-1-Saner Na gut, man hätte alle Tore verändern können Na ja, das war von denen, dann hätten wir nicht freistellen lassen dürfen Was ist so eine, wie eine Krankheit hat bei deutscher Prozessor? Konk kommt einfach, äh, Konk ja, es kommt schon mit Konk wegen seiner Playlist Einfach, dass die, äh, Leute Viel zu wenig darauf achten bei deutschland Mit dem Kopfball, okay Wow, Kopfball, wie sind noch Kopfball, starken Leute Dann halten mal locker Da kommt mit 3 Und dann, bam, eine Knie in Heide Kommt vor, ey Boah, wenn sie fühlst mich gerade so, als ist das Lied hier und das wird aber so wichtig Richtig, extrem, das heißt, ich weiß nicht, wie viel ich gerade in den Zimmer hab Ich muss mir so einen Windladung nicht steigen, das heißt Ich hab echt gern Betriebe drin, Akku Ne, 50 Stunden, Akku und dann Aber wir sollten mal ein bisschen mehr Erde finden Keiner weiß, wann Ich muss jetzt sagen, diese letzten Stämme da, weil die irgendwie nie verbrennen Brauch ich ab, ich werde nicht, dass ich irgendwas für mich bin für meinen Wald Äh, ich hab eine Folge löschen müssen, tut mir leid Ich glaub, das war die mir im Waldbrand Ich bin mir nicht sicher Äh, ne, ich hab die mir im Waldbrand war drinnen Aber eine andere, die musste auch fallen Äh, und zwar Oh, mein Ton ganz weg Und mein Ton einfach abgebrochen, das heißt, meine Aufnahme, mein Gespräch, alles, was ich gelabert hab Und so, konntet ihr den nicht hören Und da hab ich ja, dann fick ich doch, ey Aufnahme abgebrochen, nicht abgebrochen, sondern Also hab ich halt am Ende erst mitbekommen Ich hab ja eher so gedacht, komm Ist dein Gelaber eh noch dabei Und dann hören die halt einfach nur klein Minecraft Und dann hab ich, oh mein Gott, Mini-Port auch abgesetzt Also Audio und alles andere Also Input, Output, alles Anfangs, dass der Platte Rops genommen hat Und es heißt, dass es keine Verschleunig, ja Ja, das zulässige Holz einsammeln würde ich sagen Das ist trotzdem viel, also Balkon ist irgendwie nichts genützt, na gut ich bin ja schon viel zweit von meinem Zuhause weg, aber trotzdem, das Haus halt noch so brennt ein bisschen, so gut ich lasse es jetzt einfach mal trennen Sag mal so, wir haben es aber nicht nötig, da laufen wir mal eine falsche Richtung, Daniel E.D. Lauf Forrest, run, run Forrest, run Sonic Musik, ey Ähm, The Forrest, ja, ich weiß nicht, ob ich das mal erwähnt habe Ne, das tue ich jetzt auch aufnehmen mittlerweile Guckt das euch bitte mal an, hinterlassen live Gibt es weiter, das Spiel ist richtig cool Kauft es euch, ja, muss ich sagen Das Spiel macht richtig viel Spaß Ich glaube, ich bin in meinem LP, genau, ich bin ja in meinem LP gestorben, aber nur das erste Mal zum Glück Und zwar, hat mich der Zunge geschlagen Ich schlieg gegen meine, in der Mitte Und scheiße, ich bin so, wie viel Meter wären das jetzt? Drei zurückgeflogen und hab einfach all meine Leben verloren Das Spiel ist einfach nur noch viel zu sehr verpackt, aber trotzdem macht es Spaß Also ich werde es oft genug spielen, auf jeden Fall Das heißt also, die ganze Zeit, dann friedlich muss man hier reaktivieren, fällt mir gerade auch Ich vergesse das die ganze Zeit, weil ich gerne friedlich spiele Und halt während der Aufnahme auf normal Tut mir halt, wenn ich jetzt hier so ein bisschen zu leise bin, aber Muss sein, ja, ja, meine Eltern und so weiter, die schlafen, die müssen alle früh morgen raus Das ist zwar Samstag, aber die müssen auch wegbauen, private Dinge erledigen und Zum Beispiel Drogenkurier spielen, aber Tut mir nichts zur Rolle Und ja Aber jetzt kann es, nein, haben wir nicht Ne, wobei, das könnte schon mal mit dem Der hat von 103 Boah, komm, Pischof, siehst auf einmal diese ganzen Monster Moment, das geht's überhaupt nicht Immer noch slow 2 1 2 2 3 4 3 5 Nein. Nein! Oh mein Gott! Wie nubisch war das denn? Oh mein Gott! Er hat diesen Dislike ohne Scheiß. Einfach mehr in der Mutter. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bin ich hier ernsthaft drunter gefallen? Oh mein Gott! Das war'suri! Eich rappe ich meine морote? Oh mein Gott! Was ist das denn? Woher? Woher? Wie soll ich hier raus? Hochmaus. Wir finden so das Gletschort nicht für die Sterbe wieder. Ich weiß, da ist noch Eisen. Ich wusste es! Ach du Scheiße! Oh, was soll man machen? Oh mein Gott, wird das die schlimmste Folge ever, ey. Horrors. Oh, das ist meine Mutter, das ist doch so. Immerhin meine Jogginghose. Ich muss mal ohne Scherz. Das ist nicht wahr. Ich habe schon so viel lernen zu zocken, dass ich so etwas schon sterbe. So, jetzt müssen wir den Hals die ganze Zeit besitzen bleiben normalerweise. Okay. 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 Oh mein Gott, ist ja die behindert. Das, was ich am meisten hatte, ist schlimmer als Creep, ey. Die Spinnen, ey. Die sind einfach nur sauschnell. Das heißt, sie können jederzeit... Da, jetzt zum Beispiel hier. Das kommt einfach nur unerwartet. Was? Ist nicht wahr. Ich war ganz unbeschweizt. Ich habe mir gedacht, ich habe mich jetzt geschaut, viermal. Ne, dreimal, okay. Oh ja, ey, komm, ich habe schon keine Level mehr. So oft bin ich gestorben. Ich habe da noch Panzerbund. Oh, hier ist das Spiel hat irgendwie nicht lokalisiert, dass hier alles abgebaut worden ist. So, jetzt wird wieder Experience kommen, würde ich sagen. Ja, als erstes brauchen wir uns eine neue Rüstung. Weil hier Neid zu einem Ende... Sie verdienen ein ordentliches Begräbnis, wie immer. So, begraben. So, jetzt gucken wir mal gerade auf den Timer hier. Ich habe mich überhaupt nicht noch gedacht, okay. Erstmal 14 Minuten, das ist okay. Wird auch wieder mal vielleicht eine längere Folge. Müssen wir uns überlegen, ne? Boah, ich bin ja beim Kumpel. Ich hab das so mit dem, ne? Da guck mal so anfangen zu YouTube gucken, von Alp Lali. Da war immer der Eisner, ne? Ich weiß jetzt nicht, ne? Ich guck halt dem sein Channel nicht, die aber eben schon. Und also er jedenfalls mit seiner Schwester immer. War meist und dann haben wir mal zum Video geguckt. Und dann ist da so die Puppe. Da kommt dann mal mein Klingelkommal, halt auch sehr laut gestellt. Und dann, während die Puppe da fliegt, kommt das so bei mir auf einmal so. Richtig, also seit Moment Musik bei meinem Handy halt. Und also von Instant Buttons kennt ihr ja bestimmt seit Momentan, wer das hat. Und jetzt, geht das dann so los? Auf einmal jemanden so, hä? Das ist neu. Also dir, die Schwester und so. Äh, ja. Mein Telefon. Klingelt. Schon wieder. Dann geh ich da so ran. Ja. Und jetzt kommt der Hammer. Und ja, ich wär halt gern noch bei dem geblieben. War richtig cool bei dem. Ich bin immer gern bei dem, wenn wir zusammen was unternehmen. Und zocken oder so was. Richtig spannend bei dem. Jedenfalls da kommt so Set Moment halt Musik an meinem Handy. Und ich so, oh nein. Set Moment Musik. Kann hier was Gutes heißen? Ja so, warum? Da kommt halt, okay, in einer Minute sind wir da. Hol dich ab. Ich so, oh ne. Scheiße. Richtig geil. Das heißt die Puppe und dann meine Eltern. Alter, der wohnt halt 30 Kilometer von mir weg. Ich hab mal in seiner Nähe gewohnt. Naja, fahrst 21 Minuten, wohnt ich von mir weg. Ey. Nein. Ey. Spring da runter. Fuck. Hey. Ey. 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 Die. Tja höre, denn das geht immer noch aus. Das geht dann immer noch aus. Okay, der ist rausgebracht. Ok, man kann die Spitte einfach da drin schlachten und... Boah, da kann man auch ganz viel auf Hühner auf einmal her. Meine Kartus war uns irgendwie kaputt. Oh, ich verbauche hier jetzt mal eine neue. Ähm, Kaktusfarm. Wo bauen wir die? Äh, Kürbisfarm. So, ich würde mal gerne gucken, wie viel Sand ich auch noch hab und dann vielleicht mal Sandfarm hinbauen. So, 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 so. Okay, wir haben sehr, sehr viel Sand. So, 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 so... Das ist ja viel zu wenig. Ähm, wo war das jetzt noch? So, ok, das heißt, das weiß ich auch, was ich in der nächsten Fälle machen werde. das wird man ganz innen ablegen auch hier auf jeden Fall brauche ich jetzt nicht essen brauche ich auf jeden Fall alle Ecke weg und dann die Schaufeln gerade alle holen die Schauferskopf so ein Eis im Schaufeln wird knapp es wird sehr knapp so machen wir uns am besten noch 2 mal so und was ich in der nächsten Folge machen werde das erfahrt ihr natürlich auch erst mal nicht also was ich machen möchte erfahrt ihr wirklich in der nächsten Folge wieder wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft und mir dem DiePantheIP liken, kommentieren, abonnieren alles nicht vergessen wird wieder in der Beschreibung stehen damit ihr euch wieder einmal dran erinnert und dann würde ich sagen wir sehen uns das nächste Mal wieder haut rein tschüss